Tag auch und willkommen zu Mario Kart 64 Amped Up, ein ROM-Hack. Den hab ich zum ersten Mal drin, ich kenn die Strecken auch nicht. Mit dabei ist der aufkopiert, aber selten gebrauchte. Nils, moin. Sehr schön. Dann legen wir mal los. Ich geh mal davon aus, das sieht schon mal richtig ähnlich aus. Kicken wir mal. 150 gleich, ne, wenn dann richtig? Ich bitte drum. Gut. Die Fuh-Gameplay? Was? Ja, die Fuh-Gameplay. Kannst du auch gleich aufs Handy gucken? So, ich lass dir auch gerne Pause. Danke. Und vier Cups, die genauso heißen. Ancient Lake, Gamecube Mario Circuit, okay. Zu Moori Beach und Calamari Canyon, ich freu mich drauf. Schau, ob das was taugt und ob das PAL N64 damit klarkommt. Gab's da auch einen extra Modus eigentlich für rückwärts, oder? Müsste wahrscheinlich, wenn erst freigespielt werden, genau wie auf dem Original. Das hier erinnert mich aber sehr stark an Diddy Kong Racing. Macht aber erstmal einen ziemlich guten Eindruck, wie ich finde. Fährt sich vernünftig. Das erinnert mich mega. Ist das nicht sogar eine Strickhaus-Diddy Kong Racing? Kann das sein? Die Fragezeichen sehen ein bisschen anders aus, ne? Ich hab auf jeden Fall für mich das Gefühl, als wäre die Lenkung ein bisschen sehr empfindlich. Ich find die ist identisch. Wir haben uns eben grad noch kurz im Original Mario Kart eingefahren. Deswegen können wir den vergleichen. Ich hab noch keinen Unterschied feststellen können. Du kriegst auf den zweiten Stern, oder was? Ja, schon richtig so. Ich glaub, es hakt. Hast du mich nicht getroffen? Nee. Oh. Freut dich auch nicht. Natürlich nicht. Ja. Hast du mich mit der Banane getroffen? Ich musste sie wegbremsen. Mein Ziel ist es, die live vor laufende Kamera mit einer Banane abzuwerfen. Na, das versuchen wir mal. Okay. Das müsste funktionieren. Dino! Okay. Spreit unverhindert. Ja, ist richtig, oder was? Ich muss hier weg. Mist. Jörg kann sich doch sehen lassen. Auch andere Musik drin? Nett. Also, ich bin äußerst positiv überrascht bisher von dem Rumhack. Ich fahr da mal die zweite ab. Andere Strecken, andere Musik. Fahrer waren komplett identisch, ne? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet? Ich glaube, ja. Alter, die Bäume tanzen sogar. Kann das sein, dass Lakitu die Ampel hier ein bisschen schneller runterzählt? Ja, hatte ich eben auch gedacht. Und jetzt hatte ich mich über die Gefühle schon dran gewöhnt. Alter, das ist halt nicht die Gamecube-Strecke. Das ist ja witzig. Aber die Frame-Rate ist hier nicht so gut, ne? Die Konsole kämpft ganz schön damit. Und ich hab jetzt dreimal den gleichen Kugel, Willi. Also, wenn man erst mal drin ist, kommt man da offenbar nicht weg. Viertes Mal. Der Junge hat hier echt eins zu eins nachgebaut. Hast du den Link zu dem Rom-Hack packe ich euch in die Videobeschreibung. Scheiße. Die erste Strecke ruckelt doch noch nicht so, ne? Nee, gar nicht. Aber da war ja auch weniger zu verarbeiten, ne? Ja. Die hatte echt einiges zu tun. Gut ab, dass er das alles hier reingekriegt hat. Aber ja, wie gesagt, die Fahrbarkeit ist dadurch nicht so doll. Schöner wie der Hall im Tunnel. Na, komm, mach nach hinten dann noch. Bananorama! Wie viele Blitze kriegst du eigentlich da hinten? Genau. Offensichtlich. Scheiße, ob ich kein Fragezeichen gekriegt. Komm mal. Die muss das selbst designt haben. Die gab's gar nicht im Original. Also, auf der Originalstrecke schon, aber nicht im Original Mario Kart. Oh, nein, wieso nehm ich denn die mit? Das ist eigentlich schlecht. Ich hätte hier gerne die Pilze benutzt. Ach, geht auch ein Geist durch Stand, funktioniert nicht mehr. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Vielleicht ist es in dem Spiel so. Der gleiche Google will, die hat mich wieder. Oh, das ist doch nett. Kettenhund meinst du, ne? Ja, ja, Kettenhund. In der ersten Runde viermal, jetzt auch schon wieder das vierte Mal in Folge. Das ist relativ blöd geregelt. Komm schon, geiles Fragezeichen. Oh. Oh. Oh, die Pflanze hat mich nicht erwischt. Da wurd's gehört. Ja, also ich muss sagen, beeindruckend, wie er die Strecke hier designt hat. Aber ich hoffe, die nächsten sind nicht so vollgeballertene Sachen, dass es sich ein bisschen besser spielen lässt. Du hast ein fliegender Pilz-Heißluftballon im Hintergrund gesehen, hast du gesehen? Akustisch, bitte? Ich sagte, da ist ein fliegender Heißluft-Pilz-Luftballon gewesen im Hintergrund, ob du den gesehen hast. Super. Ja, ist der Wahnsinn. Da ist Peach Schloss. So, jetzt bitte bessere Framerate. Das geht eindeutig schneller als auch im Original. Hat der komplett neues Design hier reingehauen. Die fährt sich wieder sehr flüssig. Ja, also ich bin beeindruckt und begeistert. So, hier, wer möchte, Mario. Ach, da ist die Strecke, das, nee. War das dunkelblaue, die Strecke, nicht das hellblaue? Das türkisfarbene? War ziemlich wurscht. Hat doch beim Fallen. Hat irgendwie geradeausgefahren und vom ersten auf den vierten gefallen. Das eine ist halt die Gegenspur, wenn du so willst. So. Mist, Bankenzeiten verpasst. Gator. Da sind Häuser im Hintergrund. Oh, es ist nacht. Ich raste aus. Die Laternen sind an. Oh, jetzt habe ich mich hier komplett verfahren. Ja, ist natürlich ein bisschen was anderes, was man die Strecken nicht kennt, ne? Das war so ein bisschen die Befürchtung, dass mein Kraftfahrzeug aufgrund der fehlenden Beleuchtung nicht ganz straßentauglich ist. Oh, da musst du rechts ranfahren. Wow, was? Wo kam das denn her? Noch nö, Leute. Das war so schön. Erster Platz. Aber auch hier ist noch eine Runde. Wie viele Geister eigentlich hier kriege ich in dem Spiel? Der Affe hatte gerade Hunger. Der ist freiwillig in eine Bananenschale reingefahren. Und die hätte echt problemlos rumgehen können. Opa! Mist, wieder nichts gekriegt. Hier ist der Boden durchsichtig. Ich glaube, es ist nicht beabsichtigt. Oh, ich dachte, ich schieße es mal selbst ab. Das von mir. Das hat er nicht mehr gekriegt. Ich kann mal gucken, wie viel Zeit dazwischen liegt. Eine Sekunde. No. Licht, auf da. Ja, das zweite Rennen hat mich ein bisschen runtergezogen. Aber das hier erinnert mich jetzt schon optisch an den Calamari Desert. Ja. Ist aber jetzt schon abwechslungsreich und halt nicht so öde und monoton wie das Original. Jo, und runterfahren kann man auch. Verdammt, ey. Scheiße. Ich dachte, das wäre erst ein Blitz auf dem dritten. Wahnsinn. Ähm. Das wäre das Originallied aus der originalen Strecke. Aber das ist nur... Hast du gerade einen Blitz als erster gekriegt? Dritter. Ähm. Wurde ein bisschen abgewandelt. Ja, ich hätte gerne meinen Blitz noch genommen, äh, meinen Stern. Aber irgendwie wollte er das nicht. Oh. Was? Nein! Ich dachte, weil das da gelb war. Mhh. Na, wie viel da bin ich jetzt? Du bitte. Ich glaube, ich bin an einer Deichenstelle wie du gerade reingefahren. Das ist doch... Oh Gott, da ist eine Wand. Gut, ich dachte, ich würde mich noch untersegeln. Ja, das ist... Die Sichtbarkeit ist hier... ...schwierig. Im Tunnel sieht das hier sehr schwarz aus. Da ist irgendwie keine Textur an. Aber wann kann das sein? So, weg mit dem Pilz. Schade. Jetzt... Du siehst, wo ich nicht landfähig bin. Ich bin in der... ...bei genau an der gleichen Stelle wieder reingefahren. Ich bin runtergefallen und kann hier unten weiterfahren. Hier sind Piranha-Pflanzen. Bäh! Oh, ja. Ja, wir müssen hier noch rankommen können. Ich muss hier nochmal fahren, das will ich aber nicht. Das schneiden wir. Mhm. Was? Oh, schmecken kann. Fäfchen. Mist. Ja, wo kommst du? Mit dem Stern oder was? Ich glaube, das hat... Ich fahr den ganzen Müll hier doch nochmal um. So, weg mit dir hier. Nein. Ich... Ich rieche hier drin keine roten Fenster. Ich rieche durch so ein Spuren. Ich rieche mit dem F hier hin. Oh, gut, hier sind sie wieder alle. Ja, komm, das tun wir durch. Hier, wenn du aus der ersten Hölle rauskommst, da bin ich vorne runtergefallen. Da kannst du unten weiterfahren. Danke. Und noch von dir? Mhm. Mist. Hä, war hier noch einer zwischen uns? Haben wir nicht gerade Zweiter oder Dritter oder sowas? Also, ich bin gerade auf jeden Fall durch den Einroten vom ersten auf den fünften, also schon die alle sehr dicht zu sein. Mhm. Vielleicht gibt es ja doch eine Alternativstrecke. Ja, irgendwie gibt es hier mehr Möglichkeiten. Ich frage mich, was das Gelbe hier drin sein soll. Stalle? Ach, dann weckt er hier mit. Das war auch mal knapp. Ja. Auf welchem Platz hast du den Stern gekriegt? Warst du da Zweiter? Nee, Vierter, glaube ich. Dritter oder Vierter. Na, guck mal, Gesamt Zweiter. Dann kann das Spiel ja so schlecht nicht programmiert sein. Ich bin gespannt, was ich für die Siegerhörungen einfallen lassen. Sieht erst mal genauso aus. Das scheint identisch zu sein. Andere Musik. Mhm. Etwas erträglicher als die normale, würde ich fast sagen. Weniger aufdräglich auf jeden Fall. Ja. Oh Gott, der Cheep Cheep ist gelb. Oh, der Pokal sieht geiler aus. Der Stimme hat so ein bisschen wie eine Scheißhausfliege. Ja gut, das war der erste Cup. Ich bin bisher mehr als noch positiv überrascht. Ich habe nicht viel erwartet und das ist wirklich der Knaller. Ich freue mich auf den Rest. Ich bin wohl auch auf jeden Fall. Ich bin heute im Jan. Ich bin heute im Jan. Und durch mich. In S themin. Untertitelung des ZDF, 2020